Liebe Erdmute, erzähl doch mal, was du für eine geniale Kurzschlaftechnik hast. Ja, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Und zwar vor 40 Jahren waren wir in Indien gewesen und da war ein ganz besonderer Guru, der eben irgendwann ganz einfach plötzlich sagte, habt ihr Lust, eine wirklich geniale Kurzschlafmethode kennenzulernen? Und da waren wir natürlich alle sehr einverstanden und kaum, dass wir es uns versahen, waren wir wirklich in so eine kleine Trance versetzt und dann sagte er, und wie geht es euch jetzt? Das war wirklich, naja, eine halbe Minute, eine Stunde. Und wir waren alle perplex und wollten natürlich dann Näheres wissen. Und da erzähle ich euch gerne in meiner WhatsApp-Gruppe. Und dazu hast du eine WhatsApp-Gruppe? Dazu habe ich eine WhatsApp-Gruppe, wo ich, ja. Da kann ich kostenfrei reinkommen und da zeigst du oder erklärst du mir was von der Kurzschlaftechnik. Ja, eben. Genial. Das ist nun wunderbar, ja, wie das klasse zu schaffen ist. Und wie ist die Erholungsmenge, wie ist die in einer halben Minute? Ja, in einer halben Minute kannst du wirklich eine Stunde Schlaf aufholen. Und jetzt rechnet das mal hoch, in einer Minute sind es zwei. Und das kann ich machen? Ich kann statt einer halben Minute das eine Minute machen? Ja, natürlich, einfach klängeln, ja. Und ab fünf Minuten, ich meine, wer will zehn Stunden schlafen, da sage ich dann einfach in der verbleibenden Zeit. Also sagen wir mal, in der Nacht ist es nur eine halbe Stunde. Und dann sage ich einfach in der verbleibenden Zeit, bis ich aufstehe, also so. Und dann eben zum Schluss, also meine Wunschschlafmenge kannst du ja dann reinsetzen einfach. Wow, also wenn ich mal schlecht geschlafen habe oder wenig Zeit habe, kann ich die Kurzschlafmethodik nutzen und fühle mich gleich wieder so wie viel ausgeschlafen. Cool. Und tagsüber ist es natürlich auch klasse. Du hast einen langen Job und kannst dich, ja, schaffst im Moment, denkst du, jetzt geht es nicht mehr weiter, du fällst um vor Müdigkeit, dann ziehst du dich kurz zurück. Kannst du auch die Kurzschbock-Methode machen, also indem du dann denkst, kennt ihr Kurzschbock-Methode? Ja, nee, das würde ich jetzt nicht verraten, Erdmute. Ach so, also ihr könnt euch dann kurz zurückziehen und wirklich in einer Minute zwei Stunden Schlaf aufholen. Und eine Minute ist ja meist, also vielleicht darf ich euch verraten, das kannst du auch wunderbar auf der Toilette machen. Ja, aber lass uns nochmal in die WhatsApp-Gruppe gehen. Also ich komme jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Da kriege ich was? In der WhatsApp-Gruppe bekommst du die Idee, was das ist und was das beinhaltet. Und ja, und lernst einfach. Lernst mich per Zoom auch mal ein und wir machen das mal gemeinsam, oder wie? Ja, genau. Wow, das ist ja mega. Ja, also vielen Dank für diese Einladung in die WhatsApp-Gruppe. Da freue ich mich riesig. Der Link, wo finde ich den Link für die WhatsApp-Gruppe? Der Link ist direkt unter diesem kurzen Video, findest du den Link. Schön. Oder in meiner Bio oder was hat es gesagt? Auf Instagram, ne? Auf Instagram finden wir dich dann auch. Unter welchem Namen bist du auf Instagram? Auf Instagram bin ich Elise Wilhelmine. Elise Wilhelmine, sehr schön. Post mal auch unter das Video. Also, perfekt, danke für die tolle Einladung, Erdmute. Jetzt bin ich auch mega gespannt, weil das wird auch mir sehr helfen, diese Kurzschlaf-Methodik. Danke, dass du das weitergibst, dass du das weitergeben darfst, dass du das kostenfrei machst. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch ganz herzlich. Es ist schön, dass du zugehört. Ja, danke, danke. Danke.